Liken, abonnieren nicht vergessen. Liebe Grüße, euer Tj. Jannos weiß Bescheid. Feuer spuckt aus der Auspuff, Blinde! Mein Schatz! Hände hoch oder ich schieße, ich stehe in deinem. Waffe? Waffe? Was denn? Was soll das so auf, es gab Waffe und dann... Nein, alles gut, Nikolai. Nikolai, lass alles... Warum? Ja, okay, äh... Wenn du willst, geh rein, oder? Hey Leute, PD, PD hat gerade Ausbildung. Die werden es kommen. Wir waren gerade selber beim PD, wir haben Weltrekord gebrochen. 20 Minuten eingestellt und dann wurden wir gekündigt. Das ist crazy. Die haben Ausbildung. Bruder, das ist gerade... Das geht gerade zu Ende. Ja, das ist jetzt zu Ende gegangen. Ich hoffe. Bruder, wir haben einen Kollegen, der hat uns gerade ein Foto geschickt. Okay, gut. Habe ich schon, habe ich. Ach so, ja, ich glaube, doch zu ist... Servus. Die Leute, ich habe nicht genug, hier wieder hinten. Du, ging gerade in der Obdeler, geht ihr nach hinten, komm 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 komm. Wohl, der die Jungs soll auch einfach etfetera Nutzung aus... Wohl, ich hab auch noch vorgehenden, oder was? Wohl, was? Wohl, was der Wohl, was? Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 wohl. Es geht nach vorne, wie es bereits. nahe kommen Reuers 8 B also wer war ich habe sich nicht verstanden bis der Fülle wird er kommt so aus darf es so darf es morgen kommt kommt sie raus ja das war denn es ist vorgegangen der Maasen des Erfolgen werden ja auch jetzt in der Tat ist aus dem Ausdauer des Jahres ist und was auch wenn immer zu mit einem Schuss fällt stellen alle Gelsen okay sind wir einverstanden okay kann ja kommen sie raus jetzt haben die forderung war für eine geschäfte helme aussehen das ist ja kommen sie mit geht ihnen soweit gut natürlich dann fester ich sie eben immer so jetzt wird gesalat nein ich muss mich hier konzentrieren ja hey kollega ich würde mich einmal gehen draußen umgucken umgucken ja was nix wir haben wegen nahrung ist aber weg wenn wir das seien wir haben sicherlich weil sie in ne kritischen zonen stellen mein bruder ist noch drin jetzt warte ich hier sobald einer schießt sind alle geysen totgeheer so möchte ich das wir müssen sich einmal kurz umgucken ob die nahrung gespürt sind aber auch gut ich sehe mal wieder aufsteigen hier alle mal aufsteigen ich bin geisel duidiert ja und ich glaube dass der wagen nicht ihnen gehört sie was ist mein wagen so idiotiert du fotze einmal bitte den ausweis was für ausweis leck meine eier du zuli ausweis warum ausweis jetzt ziel müssen es an dann grep ist mein ausweis wir haben aufzuzielen glück gehabt halt die fresse du wichser verpuss es ausweis Wir beobachten sie. Ja. Was denkst du zu dieser? Sie sehen so und schön aus, ne? Boah, willst du? Rechts oder links? Rates. Sollen wir mit einer Frage... Oh, oh! Nikolai, Leon, ich freu mich nicht, ne? Scheiße, lauf weg, schnell! Wir müssen uns auch mit euch verzecken. Wir beobachten die. Wen beobachtet ihr, Nikolai? Guck mal, guck mal, wie böse sie geht. Pass auf, pass auf, Bruder. Boah, da würde es reinpfeffern. Ja, ja, ja. Da würde es ein bisschen sehen. Nikolai, nicht so laut. Nikolai, kiss das lab. Mach, kiss. Pass auf, pass auf, kiss. Legt es hin. Oh mein Gott, guck mal, sie geht, sie geht, sie geht. Snell, schnell. Sie geht es. Oh mein Gott. Und dann rennt die drauf. Leon, film das bitte, film das, film das, Leon, film, film, film. Da haben wir genug für zu Hause. Boah, ja, ja, auf, 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 auf. Schau, mir geht es weiter. Schau, dass er für Kette kann. Ja, ey, doch, wo bist du denn? Da pack mal da Messer weg, Mann. Guck mal, wie ernsthaft mit dem Randsprecher. Da kam ich ja, mach ich jetzt viel mehr krass, die Marschleome? Du schrutzt mal, du hast mit dem Wasser? Du hast, du? Juntze, Literatur, oder? Was ist, Griko? Nur so zu tun. Oh, hey, Spaß. da haben wir noch einmal die Redezeit der Redezeit immer als meint dann können wir es nicht auch ein was wir spüren auf andere Stoffe Frankfurt die Augen müssen die entdeckte so dass er das abgesehen hat das Grusel in der Tat war ein ganz schön einschränkende ich muss die Kulümpfung auch noch mal ein bisschen über die Redezeit noch einmal ganz erweitert geht noch ein Jahr viel Geld hat er der Typ redet immer als Mahmoudi vom Dönerladen der Achtung aber sie geht es zu jetzt das wird wohl wenn wir die bis zu ETH der Tür war man sechs hinweg es sind einige von denen jetzt um Verlangen zu Skoll ist so offen zu müssen okay ich halte sie haben durch ihren Halt nur durch den Zahler ein Oma dann ist bei Geheimen und verkehrt wo von Bruder was in was in was in müssen nur das gute und du meinst macht es so die der war leider ist das was 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 hat noch mal auf den Zollfrau für das Schreie und ich liebe okay bleibt so ich will die Rallym viesen Warte vom bisschen wie können sehr gut du bist so im Wasser Digger ich hoffe du bist am 2 und am 3 ich hoffe du bist am 2 und am 3 ich glaube die lieben willst fahr weg es muss bis umziehen aber schon nicht wer bist du schon kann das war es wird um und auch immer mich nicht erschrocken die gerne und die Gäste muss so viel zu sehen sind ja auch nur die Wälder ich habe Geschäftsmänner mitgebracht der was leidt war doch gehaftet ist Ich hab eigentlich nur ne Frage an euch. Ich hab eigentlich nur ne Frage an euch. Ciao, ciao. Hab ich auch so eine Hälfte bekommen. Ich fick den Kopf. Du bist so dicke gefogen. Ich hab wegen Glatze, schau jetzt. Ja. Ey, dieser Bellic, er hat rote Augen. Seine Mom will mir heute Abend einen saugen. Oder doch lieber einen Kaulen. Ey, was hast du für hässliche Augen. Das ist so nett gewesen. Sagen wir das so klären? Der arme Bellic. Entzündige das. Nimm deine Fäuste runter. Entzündige das. Ich hab Angst vor dir, Mann. Ich fick deine Mutter. Fick das. Ey, willst du mich verarschen? Komm, komm her, Mann. Du kannst mir einen blasen. Fick das. Ich bin multitaskingfähig. Ich spritz deine... Ey! Das ist echt zu, Katalär. Das ist echt zu. Lauf! Wir stechen zu, Katalär. Aus Wut, Katalär. Lauf! Nein, bitte nicht! Aus Wut, Katalär. Lauf! Halt es fern. Du Arschloch, du. Das ist Rap, Mann. Das ist nicht echt, Mann. Du Tannenbaum. Ich hab gesagt, niss meine Mami beleidigen. Du Tannenbaum. Tja. Ist die schwarz, Mann? Das kriegt man für ganz besondere Verdienste. Natürlich. Blasen? Ars verkaufen. Blasen. Was? Was verkaufen? Ars. Mein Puppe. Ach so, Arsch. Ars. Ars. Von. Natürlich. Zizzel. Bitte? Zizzel. Zizzel. Sowjet ist ein zizzel. Die kommt und die holt dich weiter. достаточно. Tja. Natürlich. Was geht's? Was geht? Alter, warte mal, warte mal kurz. auf dem Markt ganz mit einem Namen verraten Nikolai Nikolai Bellic natürlich ach du sagst du hast du dich geträumt ja natürlich was hast du gezwäumt oh ich hab's so gut gefreut das ist ja keine Ahnung ich hab's auch schon eingeträumt ja auch mein Gott das ist ja auch so wie sie auf YouTube abonniert und gerne ist ja natürlich was denkst du sehr gut jetzt muss doch dass wir so gut wie er hat er letztens gesehen auch so gefoltert wurde das in die ja so ja auch für Bankerfeld heute was soll so weiter wir haben es nicht mehr so ein bisschen mit mir und von jahr ist das neunstags wir müssen erkundigen das war gerade so los sagt sie mit der Musik um die Kurve gesuchtet sei das kommt auch in meinen YouTube-Video er hat er ist auch ein paar Worte aus mit der Musik Gail das muss nie aus mit der Jungs Ok, noch mal Ciao, Ciao Ciao, Joachim